Ich habe ein komplett neues Zelda Ocarina of Time gespielt. Denn als ich abends so gezockt habe, dachte ich mir... Dammit, dieses Bild sieht so schlecht aus. Gibt's nicht eine schönere Variante? Ja, die 3DS-Variante. Aber die ist nichts gegen das hier. Denn mir kam plötzlich ein Gedanke. Was, wenn ich Zelda auf meinem PC spiele? Mithilfe der Unreal Engine 4 kann man nämlich ein Ocarina of Time-Projekt vom YouTuber Kryzen spielen. Und das sieht auch gleich hundertmal besser als das Original aus.